Hallihallo, Hallöchen, die Besten sind im Moment Herold 3, oh Gott, ähm, ich hoffe, das gilt jetzt nicht für mich, ähm, oh, ich hab mir ein bisschen nicht gebrannt, ha, 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 hope they fare better than Kunkers, okay, PA, PA und Sven, okay, 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 ähm, 10 Sekunden! Okay, also wir hatten, ähm, über eine Kombi gesprochen, und die Infest Bomb ist eigentlich eine ganz gute Kombi. Mhm. Mhm. Den, den Jungle kann man gar nicht angeben. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, was, wir bräuchten noch ein, noch ein Tank. Hm. Können wir noch. Hm. 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 Ah. Woah 2023! Biline Voacruแshad Das ist ein Ranked Game, verdammt. Wieso muss der auf Ranked Game gehen? Ja. Lies, für die Taken. 30 Sekunden für den Krieg. Radiant fortified their structures. Attack the heroes. Nee, ich muss auf die... Ich muss ja auf die Lane. Sonst... Gibt das ja nix. What the heck? What the fuck? I steal a hand. What the hell? Das ist echt übel. Nein... Come on, was denn? Nein... Wie ist das jetzt dein Ernst? Verdammt! Was soll? Was denn? What the fuck? Ja, unglaublich. Shit. Shit, 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 shit. Lifestealer safe lane? In der Lane spielen. Oh, scheiße, man. Was denn? Die sind... Yes, alles! Wenn du dich nicht in die Tascheibenehmig bist. Wieso? Das ist doch nicht sicher. Was denn ... Sie werden nicht in die Tascheibenehmig. Das ist gut. Das ist ein Abstand. okay sie holen sich beide das ist sehr gut ich kann nichts machen aber Weißt du, der ist gar nicht so schlecht in der Lane, wie ich gedacht habe. Bei dem Knight, okay. Aaaaah. Und er ist geshekled. Oh, ich sollte vielleicht mal... Oh, shit. Aaaaah, nicht aufgepasst. Ah, nicht aufgepasst. Ah, nicht auf den Schnells. Das Problem ist eben, mit Laien haben die einen echt geilen Stun. Rage ist... Ah, scheiße, für mich die Taster, okay... Nur ein bisschen Baiten... I still have it. Fuck. Shit. Dang it. Falsches Timing. Ich muss in den Jungle, ich habe keine andere Chance. Was ist das Däden jetzt? Was ist das Däden jetzt? Hüpft? Ja. Wir sind viel zu früh drauf gegangen. Hätte ein bisschen unseren Cool behalten sollen. Wenn ich Pisch habe, sieht mich gleich einer. Hand of Midas. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist das Däden? Ja. Was ist das Däden? Was ist das Däden? Das ist natürlich jetzt nicht so lang. Ah. Hang it. Hang it. Hang it. Nein. Ist da also. Wenn er dich mal Wards kaufen würde. Okay. Ich sollte mir Timing nur angreifen, verdammt Arzt. Ja. Ja komm schon. So, 66. Dürfte mein Angriff doch schön hochgehen. Besser als nichts. Ach, Stacking vergessen. Ich könnte... Ärgerlich. Das ist der Mastag. Ja, Stag. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Keep your goal. I want you to fight. You can't make me. Ich bin auch der Einzige, der bis jetzt dreimal gestorben ist, ne? Das ist einfach... Lifestealer ist nicht gut in der Lane. Oh, ich bin schon... Oh! Okay, 10. Ich kann gleich wieder stacken. 8, 9. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 43 8 Was ist da runtergekommen? Lion. Wo ist da mein guter Kumpel? El Cossero. Reached, das muss ich auf jeden Fall noch verbessern. Ich sollte wahrscheinlich einfach mal zu ihm gehen. Ich habe ja jetzt das meiste an. Oh, 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 das ist gut. Yes. Shit. Shit. Shit, shit, shit. Alter, im Sprint. Im Sprint reingejumpt. Also das nenne ich mal eine Kombi. Das nenne ich mal eine Kombi. Und wenn ich jetzt noch. Ja, schon gut. Oh, gerade gesteckt. Juhu. Ich brauche noch ein bisschen. Ich würde ja... Das nenne ich mal eine Kombi. Wenn... Wenn... Das... Ah, das klingt irgendwann auch mal ab. So, Multi-Erfahrung bei einem großen Wissen. Wunderbar. Die 200 sind echt krass. Ja. Ja. Ja, da komme ich nicht mehr rechtzeitig, außer ich könnte ihn abhassen, aber so schnell bin ich dann auch wieder nicht. Komm schon! What the heck? Hat mein Kreek gerade zerstört in dem Moment? Oh, shit! Dang it! Okay. End of Midas ist wieder da. Ich hoffe mal, dass da... Ja! Der Tornado. Wie auch immer der heißt. Oh, der war... Lebenspunkte kannst du dir später noch holen. What? Ach, die fehlen. Äh, verflogen weil sie unten stehen. Oh, shit! Jetzt bin ich natürlich so gut wie geliefert. Außer ich krieg noch... Warum bin ich da alleine? Ja. Dang it! Ob er die 15 Sekunden wartet... Der Tornado ist in der Fall. Was ist das? Dyer fortified ihre Strukturen? Der Tornado ist in der Fall. Oh, sorry. Nein! Ich kann nur in der Fall. Wie. Wie. Du hast da. Die rotzene Fall nicht. Shit. Nein! Ah, der wird erlernen jetzt. Ah, shit. Shit, 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 shit. Hätte ich doch das extra Leben nehmen sollen. Machen wir halt keinen Lockdown. Ob Mons hatte ich auf den Falschen angewendet? Ja doch, Slowhammer, klar. Nee. Nee? Nein, das stimmt. Ja, Master. Ja, Master. Okay, Sven ist da. Und da kommt schon die Ramon. Yes. Oh. Oh. Ok ... Oh, wenn du double damage hast. Top Tower? Shit! Eigentlich. Ich kann nicht mehr alles anzeigen. Na komm schon. Mehr Damage. Troll fehlt? Wow. Also mittlerweile kann ich ganz gut zu lang. Wann das dann? Wo soll er denn mit seinem Entfest kommen? Wow. Irgendwo krieg ich nochmal extra Damage her. Hm. Waaah. 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 Außer du hast deine Ulti-Klarat. Wut und Oot. Wut und Oot. Ah. Hasht was stuffed? Oh. Oh-ah. Ja. Bald, laundern wir. Bis Rein. Waaah. realm8 just ladezen Kokosnottotomp belongs LIte. doch nicht PA doch PA ja, normal, das macht sich echt gut jetzt hat er seine Ulti aber nicht mehr Haste hat die Moons verbessert okay ich muss eigentlich hinüber eigentlich okay auf geht's Troll ist angepeimt ich finde mir irgendwen anders noch also killmäßig sieht's ganz gut aus ich müsste halt nur irgendwann mal an den Tower rankommen wenn ich meinen Jesolator fertig hab ein Stack er hat hier gestackt 10 Sekunden noch oh was können wir noch komm schon also ist bereit oh Scheimklässer ich habe nichts hingekriegt ich habe nichts hingekriegt achtmal gestorben ich habe nichts hingekriegt ich habe nichts hingekriegt ich habe nichts hingekriegt auf jeden Fall auf jeden Fall bräuchte ich Leben nein brauche ich nicht ich hole es mir normalerweise ich müsste Linken ich habe nichts hingekriegt What the heck? Schleppjörer kind of... Hmm... Shit! Man, there are two walls down. Is that perfect? Meister? Is that perfect? Schaden, have I actually enough? Dang it. P.A. is there. Something bad is happening to your top tower. Dire structures are fortified. Where do I go? First of all, I'm going to go in and then go in. That's the best one. Oh, dang it. Yes! 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 Go for my Master! Go for my Master! Yes, Master! Spiritbreaker natürlich wieder gestorben. 1,8. Das ist... Ich meine, meine Last Hits sind eigentlich ganz okay. Hm. 25. 3,8. Ich könnte A-Sens stacken. Wenn ich schnell genug bin... könnte knapp werden. Oh nein! Tatsächlich. Müsste schnell genug sein. Perfekt Ich bin in Kamen. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht da. Kill, Droll, Klee. Ich kann nicht an den Annen ran. ein Fest hätten wir ihn bestimmt bekommen ich brauche aber keine Technik Ausweichung Moment war schon verwirrt ein von 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 Nein, ah, dang it! Nice killing it in there. Hmm? What's the name of this? Two innocent lives taken. Was ist die E? Plus zwei Prozent. 1,5. Was brauchen wir jetzt mit der Linkens? Das hilft mir gegen Lion, aber nicht gegen Troll. Ich weiß nicht, wie viel Damage ich habe. Schüt! 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 fuck man oh 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 The tower is taking a dropping! ...as the master requires. Oh my god. What the heck is this? The enemy's top tower has fallen. I scramble. The enemy's bottom tower has fallen. Where is he? The enemy's bottom tower has fallen. 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 Shit. You can't make me. Noooing. Ah, dang it. Yes! Okay, die linken Zwei hat mir ein bisschen ausgerettet. Okay, wenigstens das hat er. Oh, den Traveller habe ich jetzt, da kann ich mal haben, was ich will. Ist ja die Frage, ob... Refrain... Okay. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, 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 ich Shit Das einzige, was mir da hilft, ist Rüstung. Das war's nicht gerade wert. Das war zu riskier. Oh, Refresher ist auf Cooldown. Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Line ist ziemlich down. Ähm, ja. Oder nicht. Tcho, das war ein guter. Tcho, war gut. Was hat der denn mittlerweile? Hat er ein Heart? Komm, lass mich da rein. So, ich muss jetzt erstmal verkaufen. Ich muss jetzt erstmal verkaufen, verkaufen, das eventuell rein. Das war's nicht. Kann schauen. Oh man. Oh shit. Yes, we move! Dang it. Run, run, run. God dang it. Noch 200 für einen Skullbasher. Das wäre auf jeden Fall schon mal... Schnell genug bin ich ja mittlerweile eigentlich. Ist die Frage, oder? Ich könnte mich kurz rein teleportieren und das dann kaufen. Geht das Katapultmasse? Nein, ich bin 37 noch raus. Ich kann mir gar keine Gedanken machen. Okay. Shit! Ist keiner drin. Ich guck trotzdem lieber nach. Eigentlich. Der räumt jetzt groß ab. Ich bin noch nicht mit dem Schrauben. Ja, ich bin schon der Fall. Ich bin noch nicht dran. Ich bin noch ein Problem. Das ist ein Mist. Das ist der Gessen. Das ist ein Blatt. Oh, okay. ah er hat wenig leben dann lass mich wenigstens okay vengard kommt dann auch gleich dran shit what the heck oh du bist so mit dem Tor was sich das jetzt gelohnt hat Shadow Charm ist auch schon wieder tot okay Hand of Midas, wie viel brauche ich noch Charity Booster 2,6 ich bekomme 1,75 raus Dang it wir können nicht jedes Mal so sterben Sven mit seiner Ulti ist echt ein Problem okay das hilft ja nicht gegen what the fuck das heißt ich will nicht gegen die rightkicker auswischen ich kann nicht gegen die rightkicker auswischen was nicht gegen die rightkicker auswischen ich bin nicht verd огром Verdammte Axt. Ich kann ja selbst. Ich kann irgendwem noch einen verpassen. Ich kann ja noch einen Verpacken. Ich bin mit ihm! Schiit! Schiit, 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 schiit! Ich bin mit ihm. Ich bin mit ihm. Ich bin mit ihm. Oh, schiit! Shit, warum hab ich denn Was ist denn mit meiner Lincolns kaputt Was ist denn mit meiner Lincolns Ender Okay Das war nicht schlecht Radian structures are fortified Wenn ich auf mich selbst anwende, habe ich dann Doppel, mega Shadow, der hätte Unsichtbarkeit Was ist denn mit meiner Lincolns Was ist denn mit meiner Lincolns Was ist denn mit meiner Lincolns Sven ist tot Sven ist tot Wenn ich mal ein bisschen weiter hab Wollen wir mal Shit Ich dachte, er wäre ready dafür Ja das hat kürz 6 14 16 davon eine menge fahren eigentlich brauche ich kaum ich bräuchte nur das abyssel blade um den zu stunden für zwei sekunden ist das schon mal nicht schlecht da sind gerade welche untergegangen wenn nämlich mal an hat er nicht dann dann Was? Oh! 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 Das ist ja schwer! Das ist ja wohl nicht so. Oh! Beste was ich mir nehmen konnte. Die eigene Crew wird explodiert. Das ist immer eine schöne Überraschung. Oh shit, 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 shit. BKB? Troll war draußen. Fuck. Doch ein Heart. 500 leben noch drauf, dann wäre ich bei 3000 plus. Nein, bei 3500 plus. Ich glaube, das wäre die bessere Variante. Ich hätte es nicht auf eigene Frau versuchen sollen. Der wollte unbedingt rein TP'n. Okay. Das ist merkwürdig. Ruhlchen. Refresh. Das ist nicht so, dass wir das an. Die Enemies bottom barracks, just the bad you kill. Your middle tower is under attack. Yuck. Your fixed moves and we're just by the ground. I'm used to see. Shit, 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 shit. Scheiße, is das jetzt euer Ernst? Fuck. Fuck. Das war so shit nochmal dämlich. Ich hab... Wir konnten nur Sven killen bei der Nummer. Der Ward ist total sinnlos. Wir haben überhaupt keine Bögen dadurch. Aber im Rucksack, die ist dumm. Die hat einen Fehler gemacht. Direktor, fünf Sekunden noch. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Das ist der Moment. Help your bottom tower. Your bottom tower has fallen. Kann sich einer locken? Jaaaa. Ist doch schon mal ein Anfang. Kann ich nicht. Die sind, ich bin hier. 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 I got you. Range! Unreached! Missed. Yes, Master. Everything's going up, get it? Yes. Ah, shit. Eagerly. As the Master requires. Eagerly. What the heck, why? Fuck. Shit, 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 shit. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Und warum Shadow den Charmin das nicht hinkriegt jedes Mal? Ist echt... Ist echt ärgerlich. Und ich hab schon zwei Neunern Leben. Ist einfach echt... Ich krieg's auf damit. Ich kriege mich. Ich kriege mich. Warum muss ich immer sterben? Oh, der ist schon da. Er hat das geschrieben. Wo ist der Kerl denn noch da? Gut versteckt. Das Problem ist eben... Oh, er ist wieder da. Okay. Go in, place your wards and run. Ahaaaaaa... Doch, wirklich. Das ist eine Menge Damage. Okay, die werden nicht hierher kommen. Oder doch? Fuck man, das war deine eigene Schuld. Du hättest nicht da reingehen dürfen. Ich hab' im Lifestealer noch. Ich hab' im Lifestealer noch. Hmmm... Das Profit. Oh, shit. Nein... Ich bin doch nicht glücklich, oder? Was denn? Was? Was? Okay, das war ein Divek. Das war ein Divek. Das war ein Divek. Das war ein Divek. Was? Das war ein Divek. Ich habe ihn versucht, das war ein Divek. Du bist noch keine Halt. Das war ein Divek. Das war ein Divek. Keine Ulti? Verdammte Axt! Warum? Warum? Ah ok Was ist das für Ihr Ernst? Was ist das für Ihr Ernst? Was ist das für Ihr Ernst? Schon wieder. Was? Was? Aaaaah! Dang it! Gold for my master! ok oh shit 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 oh shit y'all so many miss carter by them fuck the heck Oh nein nein! Dang it! Mehr! Mehr Death! Wir haben kein... jetzt haben wir... Oh! Backtop Protection. Ich würde mich ja zurückhaufen, aber ich kann nicht. Scheiße, Mann! Boah, das ist so ätzend! So ätzend! Warum musste der jedes Mal in alle reinchargen? Da musste er jedes Mal in die Gruppe reinchargen. Das ist so unglaublich. Ah, das nervt. In die Gruppe. Warum? Hätte ich nicht ein Einzelziel aussuchen können? Wirklich in... in die Fünfergruppe. In die Fünfergruppe. Musste das sein? Das ist doch viel zu risky. Und wenn der dann noch... Dings hat... Butterfly dabei hat. Und ich den nicht treffen kann. Selbst mit Open Wounds und den nicht kleinkrieg. Und der ist ein... Scheiße Ternik aktiviert. Mit BKB noch an. Fuck, nee. So ein... So ein... Shit. Shit, 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 shit. Was. Das ist wirklich lustig. Was.